Das Leben von Shiloh Jolie Pitt hat sich im Licht der Öffentlichkeit entwickelt. Man hat sie schon in jungen Jahren auf roten Teppichen gesehen und sie hat die Schwierigkeiten einer prominenten Familie, aus der sie stammt, gemeistert. Obwohl sie erst 17 Jahre alt ist, hat sie bereits eine ganze Reihe prägende Erfahrungen gemacht, die ihr geholfen haben, sich zu der schönen jungen Frau zu entwickeln, die sie heute ist. Ihr Leben nimmt jedoch eine neue und unerwartete Wendung, als sie etwas entdeckt. Es wurde beschlossen, ihren Namen aus dem 300-Millionen-Dollar-Vermögen ihres Vaters Brad Pitt zu streichen. Infolge dieser überraschenden Entscheidung fragen sich viele Menschen, welche Auswirkungen diese Entscheidung auf Shilohs weiteres Leben haben wird. Es wurden einige Fragen aufgeworfen, wie zum Beispiel, was genau ging der jungen Tochter durch den Kopf, als sie das tat? Gibt es eine verdeckte Erklärung, die der Öffentlichkeit nicht bekannt ist? Wir gehen den Gerüchten nach, die die Tochter von Brad Pitt bestätigt hat und möchten, dass sie sich uns anschließen. Die frühe Kindheit von Shiloh Pitt Shiloh Jolie Pitt hat schon als kleines Kind die Aufmerksamkeit von Menschen aus der ganzen Welt auf sich gezogen. Ihr Geburtstag ist der 27, Mai 2006, und sie wurde in Swakopmund, Namibia, geboren. Angelina Jolie und Brad Pitt, zwei der bekanntesten Schauspieler Hollywoods, sind die Eltern ihres ersten leiblichen Kindes, und sie ist das erste gemeinsame Kind der beiden. Aufgrund des legendären Status ihrer Eltern wurde die Ankunft von Shiloh mit Spannung erwartet und von den Medien mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Dies spiegelt die Tatsache wider, dass es sich bei ihren Eltern um prominente Persönlichkeiten handelt. Angelina Jolie und Brad Pitt, die von den Medien gemeinhin als Brangelina bezeichnet werden, galten während ihrer gemeinsamen Zeit als eines der einflussreichsten und angesagtesten Paare in der Unterhaltungsbranche. Nachdem sie 2004 B.I. der Arbeit am Set des Films Mr. und Mrs. Smith zum ersten Mal miteinander in Kontakt gekommen waren, wurden sie schnell zum Faszinosum für die breite Öffentlichkeit. Als Shiloh geboren wurde, hatten sie bereits zwei Adoptivkinder, Maddox, der aus Kambodscha stammte, und Sahara, die aus Äthiopien kam. Diese beiden Kinder wurden aus anderen Ländern adoptiert. Die Ruhe und die natürliche Schönheit Namibias waren die wichtigsten Faktoren, die zur Wahl Namibias als Geburtsort für Shiloh führten. Angelina Jolie fühlte sich aufgrund ihrer humanitären Arbeit, die sie dazu veranlasste, viel Zeit auf dem Kontinent zu verbringen, sehr mit Afrika verbunden. Das Paar konnte die große Aufmerksamkeit der Medien, die oft mit ihrem Leben in den Vereinigten Staaten verbunden ist, vermeiden, da sie sich für die Geburt von Shiloh in Namibia entschieden haben. Ein weiterer Grund, warum sie sich für diese Option entschieden haben, ist dieser. Die Geburt von Shiloh in Namibia hat in der ganzen Stadt für Aufsehen gesorgt, und die örtlichen Behörden fühlten sich durch diesen Anlass geehrt und waren begeistert. Shiloh wurde in Namibia geboren. Nach den Gesetzen Namibias konnte Shiloh ihr Recht auf die Staatsbürgerschaft geltend machen, sofern ihre Eltern das vorgeschriebene Verfahren einhielten. Dass sie bereits eine berühmte Persönlichkeit war, war schon klar, als sie noch ein kleines Kind war. Obwohl Shiloh damals erst zwei Monate alt war, wurde sie in dem weltweit bekannten Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett in New York City in Wachs verewigt. Als Symbol ihrer Liebe und Freude über ihre neugeborene Tochter wurden ihre Eltern in der Wachsfigur gezeigt, wie sie stolz neben ihrer Wiege stehen. Dies war eine Darstellung ihres elterlichen Stolzes. Es war ein Zeugnis für die außergewöhnlichen Umstände, in die sie hineingeboren wurde, angesichts der Umstände, unter denen sie auf die Welt kam. Die ersten Jahre von Shilohs Kindheit waren von einer Mischung aus Reichtum und Weltoffenheit geprägt. Dies war unabhängig von den Umständen der Fall. Da sie in einem Elternhaus aufwuchs, dessen Eltern beide bekannte und leidenschaftliche Verfechter humanitärer Anliegen waren, kam sie von klein auf mit einer großen Vielfalt an Kulturen und Lebensweisen in Berührung. Dazu gehörte auch ein breites Spektrum an Kulturen und Lebensweisen. Obwohl ihre Eltern berühmt waren, bemühten sie sich, ihr eine ganz normale Erziehung zukommen zu lassen. Und das trotz der Tatsache, dass sie berühmt waren. Die Anwesenheit von Shilohs leiblichen und adoptierten Geschwistern war ein Faktor, der zur Verbesserung ihres Familienlebens beitrug. Paxtien, der aus Vietnam adoptiert wurde, und die Zwillinge Nox Leon und Vivian Marscheline waren die drei weiteren Geschwister, die sie schließlich in ihre Familie aufnahm. Paxtien wurde zunächst aus Vietnam adoptiert. Die ersten beiden Kinder, die sie bekamen, hießen Maddox und Sahara. Die Familie Jolie-Pitt reiste oft gemeinsam zu beruflichen und humanitären Einsätzen, um Shiloh und ihren Geschwistern eine einzigartige Erziehung zu ermöglichen, die von kulturellen Erfahrungen und philanthropischen Bemühungen geprägt war. Dies geschah, um Shiloh eine Kindheit zu ermöglichen, die über alles andere hinausging. Welche Komponenten ihres Umfelds spielten bei ihrer Entwicklung während ihrer Kindheit eine Rolle? Beschreiben Sie, wie sie mit dem Zerbrechen der Ehe ihrer Eltern umgeht. Bitte konzentrieren Sie sich auf die weiteren Ausführungen. Die Reise von Shiloh nach Hollywood. Die junge Shiloh Jolie-Pitt debütierte 2008 in der Filmindustrie, als sie an der Seite ihres Vaters Brad Pitt in dem von der Kritik hochgelobten Film der seltsame Fall des Benjamin Button auftrat. Dieser Auftritt brachte ihr die Aufmerksamkeit der ganzen Welt ein. Mit ihrem ersten Auftritt auf der Leinwand als Neugeborene konnte sie die Aufmerksamkeit sowohl der Zuschauer als auch der Brancheninsider auf sich ziehen und legte damit den Grundstein für eine, wie viele voraussagten, abwechslungsreiche und fruchtbare Karriere in der Unterhaltungsbranche. Als Shiloh jedoch ins Teenageralter kam, wurde schnell klar, dass sie kein Interesse daran hatte, in der Filmrolle mitzuspielen, die ihre Eltern geschaffen hatten. Obwohl sie die Rolle der jungen Aurora in dem von ihrer Mutter gedrehten Film Maleficent erhielt, beschloss Shiloh, eine andere Richtung einzuschlagen. Als sie gefragt wurde, ob sie Aurora spielen wolle, lehnte Shiloh die Idee ab und sagte, dass sie stattdessen lieber ein gehörntes Monster spielen würde. Daraufhin übernahm ihre Schwester Vivian die Rolle und Shiloh lieh ihre Stimme der Figur Shuai Shuai im Animationsfilm Kung Fu Panda 3, der 2016 in die Kinos kam. Angelina Jolie und Brad Pitt haben deutlich gemacht, dass sie die Möglichkeiten ihrer Kinder im Filmgeschäft zu arbeiten nicht einschränken oder den Beruf romantisieren wollen. Shiloh würde sicherlich Jolies Wunsch erfüllen, dass ihre Kinder neben der Schauspielerei die eines ihrer Ziele war, eine Vielzahl von Karrieren und Erfahrungen machen können. Stil-Ikone Im Laufe der letzten Jahre hat sich Shiloh Jolie zu einem echten Modestar entwickelt und sich dabei vom berühmten Stilempfinden ihrer Mutter beeinflussen lassen. Das zeigte sich deutlich, als sie 2021 die Premiere von Eternals in London besuchte. Sie trug ein umwerfend gemustertes schwarz-weißes Kleid von Dior, das an Jolies typischen Stil erinnerte. Shilohs modische Entscheidungen wurden von der Schauspielerin öffentlich unterstützt, die betonte, dass Kinder sich selbst ausdrücken und ihren eigenen, unverwechselbaren Geschmack ohne Einmischung entwickeln können müssen. Da Shiloh Angelina zu den Premieren von Filmen wie Unbroken und Maleficent begleitete, gilt sie inzwischen als Angelinas Plus One. Allerdings gilt Shiloh nicht als vollwertige Glamour-Location. Ihre Eltern haben ihr erlaubt, sie auf eine Reihe von Reisen zu begleiten, die ihr Leben tiefgreifend beeinflusst haben. Und sie war immer für sie da. Im Jahr 2018 begleitete sie sie auf einer Reise in ein Flüchtlingslager in Jordanien, wo der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, UNHCR, Mitgefühl und Hilfe für Menschen zeigte, die auf Unterstützung angewiesen waren. Sie sind um die ganze Welt gereist, von Kambodscha bis Äthiopien. Und Angelina hat es nie versäumt, die schönsten Momente dieser Abenteuer hervorzuheben und die tiefe Wirkung zu betonen, die sie auf ihre Familie hatten. Ihre Reisen haben sie in eine Vielzahl von Ländern geführt. Während Shiloh der Fotografin B.I. ihren Aufnahmen folgt, engagiert sie sich auch aktiv in diesen humanitären Projekten und knüpft Kontakte zu Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gruppen und Kulturen stammen. Offensichtlich hat sie ein enormes Mitgefühl und einen starken Willen, die Welt zu verändern. Shiloh Pitt findet ihren Weg und tritt ins Rampenlicht. A Shiloh. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass Jolie Pitt ihren eigenen Weg geht und der ist mit Hip-Hop-Routinen gepflastert. Ihre kürzlich entdeckte Begeisterung für das Tanzen hat sich nicht nur zu einem persönlichen Interesse für sie entwickelt, sondern hat sie auch auf verschiedenen Social-Media-Plattformen ins Rampenlicht katapultiert. Accounts, die ihren außergewöhnlichen Talenten gewidmet sind, sind zu einem globalen Phänomen geworden. Auf diesen Accounts sind Videos zu sehen, in denen Shiloh mit Leichtigkeit hochtrabende Übungen zu berühmten Songs wie About Damn Time von Lizzo und Shiver von Ed Sheeran absolviert. Interessanterweise hat Brad Pitt erklärt, dass er nicht sehr gut tanzen kann, aber er hat entdeckt, dass ihm das Tanzen Spaß macht, was beweist, dass das Tanzen ein immer wichtigerer Teil seines Lebens wird. Shiloh Jolie Pitt. Tanzen ist der Name eines nicht genehmigten YouTube-Kanals, der über 10.500 Mitglieder zählt. Dies ist ein Zeugnis für die faszinierenden Darbietungen, die im renommierten Millennium Dance Complex in Los Angeles aufgenommen wurden, während sie eine Vielzahl von Tanztechniken beherrscht, tritt Shiloh mit Selbstvertrauen und Furchtlosigkeit auf die Bühne. Sie ist in der Lage, einen fließenden Übergang von den verführerischen Grooves von Rihannas Musikvideos zu den unwiderstehlichen Pop-Rhythmen von Dua Lipa und Bruno Mars zu schaffen. Selbst die berühmtesten Tanzbewegungen, die Christina Aguilera je aufgeführt hat, gehören zu ihrem Repertoire. Die Bandbreite von Shilohs Tanzvokabular geht über das bloße Nachahmen aktueller Modetrends hinaus. Es gibt Anzeichen für ihren eigenen, unverwechselbaren Stil und ihre eigene Interpretation, die in ihren Darbietungen zum Vorschein kommen. Sie zeigt einen sich entwickelnden Erfindungsreichtum, der über die bloße Imitation von Tänzen hinausgeht, indem sie unerwartete Schnörkel oder kleine Veränderungen in ihre Darbietung einbaut. Diese bescheidene Innovation verleiht ihren Darbietungen eine weitere Tiefe und deutet auf eine tiefere kreative Quelle hin, die nur darauf wartet, angezapft zu werden, bevor sie voll zum Tragen kommt. Es steht außer Frage, dass die Lehrer des Millennium Dance Complex, der als bedeutende Ausbildungsstätte für aufstrebende Tänzer anerkannt ist, maßgeblich an der Entwicklung von Shilos Fähigkeiten beteiligt waren. Diese Experten, die an der Entwicklung der Karrieren zahlreicher Tanzstars beteiligt waren, erkennen mit Sicherheit das unbändige Können und den unerschütterlichen Einsatz von Shiloh an. Die Anleitung und die Fähigkeiten, die sie ihr bieten, treiben ihre Entwicklung zweifellos voran, helfen ihr, ihre Technik zu verfeinern und ermöglichen es ihr, das volle Ausmaß ihrer Fähigkeiten zu erkunden. Die berühmte Beziehung von Brad und Angelina Jolie, von süß bis sauer. Brad Pitt und Angelina Jolie lernten sich 2004 am Set des Films Mr. und Mrs. Smith kennen. Damals ahnten sie noch nicht, dass ihre Chemie auf der Leinwand zu einer der meistdiskutierten Beziehungen in Hollywood führen würde. Als Hollywood-Powerpaar das alles zu haben schien, Schönheit, Talent und eine wachsende Familie, wurde das Paar schnell als Brangelina bekannt. Die beiden schienen alles zu haben. Die Anfänge ihrer Beziehung waren nicht unumstritten, da Pitt zu diesem Zeitpunkt noch mit der Schauspielerin Jennifer Aniston verheiratet war. Die andere Seite der Medaille ist, dass Jolie und Pitt nach der Scheidung von Pitt und Aniston in der Lage waren, ihre Beziehung fortzusetzen, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Entwicklung befand. Das Paar brachte eine gemischte Familie mit sechs gemeinsamen Kindern zusammen, von denen drei aus anderen Ländern adoptiert wurden. Die beiden Kinder des Paares wurden aus anderen Ländern adoptiert. Über viele Jahre hinweg schien die Liebe von Brad und Angelina wie ein Märchen zu sein. Gemeinsam unternahmen sie Reisen in die ganze Welt, traten gemeinsam in Filmen auf und gründeten sogar eine Wohltätigkeitsorganisation, die sie Jolie-Pitt-Foundation nannten, um ihr Mitgefühl mit anderen Bedürftigen zu teilen. Im Jahr 2016 reichte Jolie jedoch die Scheidung ein und gab unüberbrückbare Differenzen als Grund für ihren Wunsch an, die Ehe zu beenden. Dies war der Beginn der Risse, die sich in ihrer Beziehung abzeichneten. Fans und Medienvertreter wurden von der Nachricht der Scheidung gleichermaßen überrascht und es kamen Gerüchte über die wahren Gründe für das Scheitern der Ehe auf. Die Behauptungen über Drogenmissbrauch und Temperamentsausbrüche, die Pitt offengelegt haben soll, wurden zusammen mit Jolies Sorgen um die Gesundheit und Sicherheit der gemeinsamen Kinder aufgedeckt. Es wird angenommen, dass Pitt diese Vorwürfe aufgedeckt hat. Während des langwierigen und umstrittenen Scheidungsverfahrens, das sich über Jahre hinzog, wiesen beide Parteien mit dem Finger auf die jeweils andere Partei und beschuldigten sie, eine Vielzahl unangemessener Handlungen vorgenommen zu haben. Nachdem sich der Staub gelegt hatte, war klar, dass die einst so geliebte Brangelina ihrem Ruf nicht gerecht geworden war. Die Öffentlichkeit erfuhr, dass Pitt und Jolie eine bittere Scheidung hinter sich hatten, die sich negativ auf ihren Ruf auswirkte und eine Kluft zwischen ihnen entstehen ließ, die unüberwindbar zu sein schien. Diejenigen, die das Duo zuvor geschätzt hatten, waren verzweifelt und beklagten den Verlust einer Beziehung, die zu einem bestimmten Zeitpunkt völlig makellos gewesen war. Trotz des unbefriedigenden Endes ihrer Romanze hatten Brad Pitt und Angelina Jolie zu diesem Zeitpunkt ihr Leben bereits hinter sich gelassen. Jolie konzentriert sich inzwischen auf ihren Beruf und ihre humanitäre Tätigkeit. Während Pitt seine Beziehung zu Jennifer Aniston wieder aufgenommen hat, was Spekulationen über eine Wiedervereinigung der beiden ausgelöst hat. Die Entwicklung und das Scheitern der Beziehung zwischen Brad Pitt und Angelina Jolie ist ein warnendes Beispiel für alle, die berühmte Paare bewundern. Von außen betrachtet, verbirgt sich hinter einer Beziehung, die wie eine märchenhafte Romanze aussieht, oft etwas Unheimliches. Wir als Fans können nur hoffen, dass sowohl Brad als auch Angelina in ihrem eigenen Leben Frieden und Glück finden. Weit weg vom Rampenlicht, das in der Vergangenheit ihre tragische Liebesgeschichte so glänzend beleuchtet hat. Weit weg vom Rampenlicht. Die vielbeachtete Scheidung von Angelina Jolie und Brad Pitt im Jahr 2016 brachte erhebliche Veränderungen in Shilos Familienleben mit sich. Diese Veränderungen wurden als Folge der Scheidung herbeigeführt. Es wurde beschlossen, dass beide Eltern sich weiterhin für die gemeinsame Erziehung ihrer Kinder engagieren und ihnen trotz der Herausforderungen in der Vergangenheit Stabilität und Unterstützung bieten werden. Angelina Jolie und Brad Pitt haben beide neben ihren Rollen in Hollywood auch in anderen Berufen Karriere gemacht. Angelina Jolie ist nicht nur für ihre Schauspielkarriere bekannt, sondern auch für die bedeutende humanitäre Arbeit, die sie als Sonderbotschafterin für das Nothilfswerk der Vereinten Nationen geleistet hat. Ihre Arbeit wurde für ihren Einfluss auf die Welt anerkannt. Im Rahmen ihres Einsatzes für die Rechte von Kindern und Flüchtlingen reiste sie in eine Vielzahl von Ländern auf der ganzen Welt. Neben seiner Arbeit als Schauspieler und Produzent, für die er mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, hat sich Brad Pitt auch in einer Vielzahl von karitativen Aktivitäten engagiert. Er hat sich insbesondere für die Erhaltung der Umwelt und den Wiederaufbau von New Orleans nach dem Hurricane Katrina eingesetzt. Der Vater von Shiloh, Brad Pitt, ist derzeit mit einer anderen Frau zusammen. Obwohl Brad Pitt derzeit in einen komplizierten Rechtsstreit mit Angelina Jolie verwickelt ist, scheint seine Beziehung mit Inès de Ramon problemlos zu verlaufen. Die Tatsache, dass er mit ihr zusammen ist, hat ihm eine neue Perspektive auf den Sinn seiner Existenz eröffnet. Brad ist so Hals über Kopf in sie verliebt, dass er nicht aufhören kann, davon zu schwärmen, wie sehr er sie liebt. So eine Quelle, die in der aktuellen Ausgabe von Urs Weekly zitiert wurde. Jeder von ihnen ist eine nützliche Ergänzung für den anderen von ihnen. Laut der Quelle unterscheidet sich Pitts' Beziehung zu der 31-jährigen de Ramon stark von seiner Romanze mit Jolie, die er 2016 beendete. Jolie war für Pitt immer eine ernsthafte Beziehung. Außerdem behauptet die Quelle, dass die beiden keine Anzeichen für eine Verlangsamung ihrer Romanze zeigen. Wenn es um Dinge geht, die schlecht oder konfliktreich sind, ist Inès eine sehr ruhige und besonnene Person, die sie hasst. Man hofft, dass Pitts' Fähigkeit, einen kühlen Kopf zu bewahren, ihm dabei helfen wird, seine Beziehung zu Angelina zu reparieren, und eine Einigung in dem Scheidungsverfahren herbeizuführen, das derzeit zwischen den beiden anhängig ist. Inès wünscht sich sehr, dass Brad Frieden findet, verzeiht und mit seinem Leben weitermacht. Aus ihrer Sicht ist es absurd, dass er all den Hass, der gegen sie gerichtet ist, weiter mit sich herumträgt. Die romantische Beziehung zwischen Pitt und Deramon besteht seit November 2022, also zwei Monate nach der Scheidung von Deramon, von ihrem Ex-Mann Paul Wesley, der früher in der Fernsehserie Vampire Diaries mitspielte. Seitdem sind Pitt und Deramon in einer Beziehung. Im Februar 2023 reichte Wellesley die notwendigen Scheidungspapiere ein, und im März desselben Jahres vollzogen die beiden ihre Trennung. Im Dezember 2022, so eine zweite Quelle, waren Pitt und Deramon offiziell zusammen. Diese Quelle bestätigte, dass sie in einer Beziehung sind. Das Paar hat eine wunderbare Zeit zusammen und genießt die Anwesenheit des anderen, während sie sich in der Anfangsphase einer Beziehung befinden. Andererseits sind sie laut der Person, die diese Information damals preisgab, noch dabei, sich gegenseitig kennenzulernen, um ihre Beziehung zu vertiefen. Interessant ist auch, dass die Turbulenzen im Zusammenhang mit der Scheidung des Schauspielers keine Auswirkungen auf die Liebe zwischen Deramon und Pitt hatten. Die beiden sind sehr offen und ehrlich, wenn es darum geht, über ihr Leben zu sprechen. Ganz gleich, ob es sich um die guten oder die schlechten Seiten handelt. Höchstwahrscheinlich hat dies einfach dazu beigetragen, die Nähe zwischen ihnen zu verstärken. Seitdem die beiden zusammengezogen sind, hat Deramon gezeigt, dass er einen wirklich positiven Einfluss auf Pitt hat. Shiloh kommt wieder zusammen. Brad ist so verliebt in seine Freundin, dass er so glücklich ist wie seit langem nicht mehr. Es ist möglich, dass Shiloh den Kontakt zu ihrem Vater wiederherstellt. Als der Streit um das Sorgerecht zwischen ihren Eltern weiterging, entschied sich die damals erst 17-jährige Shiloh Jolie-Pitt, ihr Leben grundlegend zu ändern und zu ihrem Vater Brad Pitt zu ziehen, bevor sie 18 Jahre alt war. Diese Entscheidung wurde während des laufenden Sorgerechtsstreits zwischen ihren Eltern getroffen. Die Informationen, die wir von einem Mitglied der Familie erhalten haben, zeichnen das Bild einer jungen Frau, die sich danach sehnt, Zeit mit ihrem Vater zu verbringen und ein gewisses Maß an Autonomie in ihrem Leben zu haben. Shiloh soll den Wunsch geäußert haben, das Leben in der prächtigen Villa ihres Vaters in Las Feliz zu erleben, bevor sie den Schritt ins Erwachsenenalter macht. Diese Entscheidung war von dem Wunsch beseelt, etwas Abwechslung in ihr Leben zu bringen. Und es war eine Entscheidung, von der sie sagte, sie wolle sie treffen. Einer der Gründe, warum ich mich entschieden habe, zu Brad zu ziehen, ist nicht nur, dass ich eine Veränderung meiner Routine oder meiner Umgebung erleben möchte. Shiloh findet die Idee, mehr Zeit mit ihrem Vater zu verbringen, äußerst faszinierend. Das liegt daran, dass Shiloh und ihr Vater schon immer eine enge Beziehung zueinander hatten. Es gibt viele Quellen, aus denen hervorgeht, dass sie sich in seiner Gesellschaft wohl und entspannt fühlt. Dieses Gefühl der Zufriedenheit und Leichtigkeit wird höchstwahrscheinlich durch die anhaltenden Spannungen im Zusammenhang mit dem Sorgerechtsstreit noch verstärkt. Aus leicht nachvollziehbaren Gründen war Brad von der Entscheidung, die seine Tochter seinerzeit getroffen hat, sehr angetan. Trotz der Tatsache, dass dies eine sehr positive Entwicklung zu sein scheint, gibt es eine potenzielle Hürde, die sich manifestieren könnte. Es ist mehr als ein Jahr her, dass Brad eine romantische Beziehung mit Ines der Ramon begonnen hat und Gerüchten zufolge hatte Shiloh noch nicht die Gelegenheit, sich persönlich zu treffen. Und das, obwohl sich die Beziehung gut entwickelt hat. Es ist möglich, dass Shiloh in der Übergangsphase aufgrund der neuen Dynamik im Haushalt anfänglich Schmerzen verspürt. Das liegt daran, dass Shiloh sich an ein neues Lebensumfeld mit einer ihr nicht vertrauten Person anpassen muss. Brad sieht die Sache trotz dieses möglichen Hindernisses weiterhin positiv. Es heißt, Shiloh habe sich bemüht, Brad und seine älteren Brüder Maddox, Pax und Sahara näher zusammenzubringen, um ein Gefühl der familiären Zusammengehörigkeit zu fördern. Shilohs Reife und ihr Wunsch nach einer friedlicheren Familiendynamik werden durch ihre Bemühungen deutlich, auch wenn sie noch keinen unmittelbaren Nutzen gezeigt haben. Sie hat das Glück, dass ihre Verbindung zu ihren jüngeren Geschwistern Knox und Vivi weiterhin solide ist, was ihr trotz der anhaltenden Turbulenzen innerhalb der Familie ein Gefühl der Stabilität vermittelt. Aus verständlichen Gründen fiel es Angelina Jolie schwer, Shilohs Entscheidung bei Brad zu leben, zu akzeptieren. Vor allem, wenn man die Schwierigkeiten bedenkt, mit denen die beiden in der Vergangenheit konfrontiert waren. Darunter auch Missbrauchsvorwürfe. Es steht außer Frage, dass es sich dabei um bedeutende Schatten handelt, die auf das Thema lauern. Trotz der Gefühle, die Shilohs Geschwister für Brad hegen, hat sie eine einzigartige Verbindung zu ihm, die über das Drama, das sich jetzt abspielt, hinausgeht. Laut einer Person, die mit der Angelegenheit vertraut ist, ist Jolie nicht allzu begeistert von Shilohs Entscheidung. Dennoch erkennt sie an, dass Shiloh reifer wird und zu ihren eigenen Schlussfolgerungen kommt. Es gab Behauptungen, dass Angelina Jolie, Shilohs Mutter, die Kinder gegen Brad Pitt, Shilohs Ex-Mann aufgebracht habe. Inmitten der anhaltenden gerichtlichen Auseinandersetzung sind im Internet neue Behauptungen aufgetaucht, die besagen, dass Angelina Jolie ihre Kinder dazu überredet haben könnte, keine Zeit mit ihrem Vater zu verbringen. Im Zuge der Besuche legte Brads Anwalt eine Aussage von Tony Webb vor, dem Inhaber der Sicherheitsfirma, der von 2000 bis 2020 für Angelina gearbeitet hatte. Er behauptet, Angelinas Team habe versucht, ihn zu überreden, zwei Leibwächter daran zu hindern, in dem Sorgerechtsstreit zwischen ihr und Brad auszusagen. Außerdem ist er jetzt bei Brad angestellt, obwohl Angelina ihm angeblich gekündigt hat. Inmitten des anhaltenden Rechtsstreits zwischen Angelina Jolie und ihrem Ex-Mann Brad Pitt hat sie kürzlich eine schockierende Enthüllung gemacht. Da Pitt über ein beträchtliches Einkommen von 300 Millionen Dollar verfügt, ist die Angelegenheit noch komplizierter geworden, was die ohnehin schon turbulente Beziehung zwischen dem berühmten Paar, das sich schon vorher kannte, noch weiter erschwert. Die Vorwürfe, die Jolie gegen Brad erhebt, wurden in den von ihr eingereichten Gerichtsunterlagen dargelegt. Zu diesen Vorwürfen gehört ein Vorfall, der sich auf einer wichtigen Reise im Jahr 2016 ereignete, bei dem sie sagte, Brad habe sie am Kopf gepackt, aggressiv geschüttelt und sogar eines ihrer Kinder und andere Kinder gewirkt. Geschlecht und Stil prägen. Diese Enthüllungen haben Schockwellen in der Öffentlichkeit und in den Medien ausgelöst und die dunklen Unterströmungen in ihrer früheren Beziehung ans Licht gebracht. Zu Angelinas Anschuldigungen gehört auch, dass Brad sie mit Bier überschüttet haben soll und, was noch viel schlimmer ist, dass er Wein und Bier über ihre Kinder geschüttet hat. Angelinas Anschuldigungen sind im nächsten Absatz zu finden. Die Entdeckungen, die sich während dieser Episode ereigneten, dienten dazu, den enormen rechtlichen und emotionalen Konflikt zwischen den beiden Hollywood-Prominenten zu verstärken. Als Reaktion auf diese Anschuldigungen hat Brad Pitt die Komplexität und Widersprüchlichkeit seines Charakters eingeräumt und auf seinen kontinuierlichen Weg der persönlichen Entwicklung hingewiesen. Trotz der Tatsache, dass Pitt ein anerkannter Schauspieler und ein zentraler Akteur in dieser schrecklichen Rechtsgeschichte ist, ist das Publikum gezwungen, mit den gegensätzlichen Eindrücken von ihm zu kämpfen. Schon in jungen Jahren war Shilos geschlechtliche Orientierung nicht ganz klar. In den letzten Jahren hat Shilo, die von ihren Eltern liebevoll J.N. genannt wird, eine starke Vorliebe für Kleidung gezeigt, die eher männlich aussieht. Man hat sie regelmäßig in Polohemden, Blazern und weiten Trainingsanzügen gesehen, womit sie sich von der konventionellen Modeauswahl junger Mädchen in ihrem Alter unterscheidet. Ihre Mutter und ihr Vater haben sich sehr offen über Shilos Stil geäußert und betont, dass sie in der Lage sein sollte, sich so auszudrücken, wie sie es für richtig hält. Shilo, die damals erst drei Jahre alt war, äußerte den Wunsch, John genannt zu werden, wobei sie sich von der bekannten Figur Peter Pan inspirieren ließ. Später sagte sie, Shilos Stil sei von der Mode der Menschen in Montenegro inspiriert, wo häufig Anzüge und Trainingsanzüge getragen werden. Diese Wahl löste Gespräche über Geschlechtsidentität und Ausdruck mit Angelina Jolie aus, die später mitteilte, dass sie in das Konzept eingeführt worden sei. Angelina gab Shilo sogar die Erlaubnis, sich die Haare kurz zu schneiden, eine Entscheidung, die weitere Fragen zu den herkömmlichen Geschlechterkonventionen aufwarf. Obwohl Angelina Shilos Sinn für Stil faszinierend findet und ihre Individualität schätzt, wurde die Familie von der Öffentlichkeit und den Medien für ihre Erziehungsentscheidungen kritisiert. Sowohl Brad als auch Angelina haben immer wieder betont, wie wichtig es ist, die Einzigartigkeit ihrer Kinder anzuerkennen und zu schätzen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich auf authentische Weise auszudrücken. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Kindern die Grundsätze von Aufgeschlossenheit, Stärke und Mitgefühl zu vermitteln und sind nie auf die Idee gekommen, ihren Kindern die Erwartungen der Gesellschaft aufzudrängen. Angesichts der Aufmerksamkeit, die ihm von den Medien zuteil wurde, hat sich Brad Pitt einige Zeit genommen, um über seine Position als Elternteil nachzudenken. Er hat erkannt, wie wichtig es ist, seine Kinder auf ihrem Weg der Selbstfindung zu unterstützen. Angelina Jolie hat erklärt, dass sie ihren Kindern niemals ihre Erwartungen aufzwingen würde und Angelina Jolie hat sich öffentlich zu ihrem Ziel bekannt, ihre Kinder authentische Versionen ihrer selbst sein zu lassen. Trotz der Tatsache, dass sie in ihrer Liebe zu Shiloh nie nachgelassen haben, wurde die Familie von der Boulevardpresse und Internetkritikern mit Anschuldigungen konfrontiert. Einige dieser Personen haben behauptet, Shilos Entscheidungen seien entweder ein Schrei nach Aufmerksamkeit oder eine Reaktion auf die Schwierigkeiten, die in der Beziehung ihrer Eltern bestehen. Angelina Jolie hat manchmal offen und ehrlich über die Herausforderungen gesprochen, mit denen sie bei der Erziehung ihrer Kinder, insbesondere ihrer Tochter, konfrontiert war. Diese Fälle sind gelegentlich aufgetreten. Die Offenheit, mit der Jolie ihre Erfahrungen schildert, kann für diese Eltern eine Quelle der Ermutigung sein. In einem Interview, das vor nicht allzu langer Zeit stattfand, wurde enthüllt, dass Jolie sich Sorgen darüber macht, dass sie Shiloh nicht so viel Aufmerksamkeit widmet wie ihren anderen Kindern, Maddox, Sahara und Pucks. Sie sagte, dass es Zeiten gab, in denen sie sich bewusst war, dass sie die Bedürfnisse von Shiloh nicht vernachlässigen durfte, nur weil sie die anderen Kinder als verletzlicher empfand. Die besondere Dynamik, die in einer Familie herrscht, ist die Grundlage für diese Verletzlichkeit. Und Jolies Überlegungen zu diesem Thema zeigen, dass sie sich verpflichtet fühlt, eine Mutter zu sein, die sensibel mit ihren Kindern umgeht und Mitgefühl für sie zeigt. Aufgrund der Berichte, dass Jolie angeblich Druck auf Shiloh ausübte, um größere Veränderungen vorzunehmen, insbesondere in Bezug auf die Kleidung, die sie trug, gab es einige Mitglieder der Öffentlichkeit, die ihre Versuche nicht zu begrüßen schienen. Im Alter von 13 Jahren gab es Spekulationen, dass Shiloh sich einer Hormonbehandlung unterziehen würde und es bestand auch die Möglichkeit, dass sie sich in Zukunft einer geschlechtsangleichenden Operation unterziehen würde. Beide Möglichkeiten wurden in Betracht gezogen. Sowohl Jolie als auch Brad Pitt, die zuvor miteinander verheiratet waren, entschieden sich, trotz der Tatsache, dass diese Geschichten im Umlauf waren, höflich zu schweigen. Die Sicherheit und die Privatsphäre ihres Kindes standen bei dieser Entscheidung an erster Stelle. Die Art und Weise, wie Angelina Jolie ihre Kinder erzieht, wurde von Menschen, die sie in ihrer Eigenschaft als Mutter erlebt haben, sowohl gelobt als auch kritisiert. Angelina Jolie sagte kürzlich, das Wichtigste für ein Mädchen sei es, sich selbst ausdrücken zu können. Und diese Aussage trifft den Kern ihrer Einstellung perfekt. Einige Leute haben ihre Entscheidung infrage gestellt, ihre Kinder auf eine eher männliche Art und Weise kleiden zu lassen, während andere sie dafür gelobt haben, dass sie Vielfalt und Selbstdarstellung unterstützt. Auch wenn einige Leute Angelina dafür kritisieren, dass sie ihre Kinder in Bezug auf das Geschlecht verwirrt, stört sie sich nicht an der Tatsache, dass ihre Kinder ihre Einzigartigkeit zum Ausdruck bringen. Angelina stört sich nicht an der Tatsache, dass ihre Kinder ihre Individualität zum Ausdruck bringen. Angelina hat nicht den Ehrgeiz, ihre Töchter zu zahlreichen Versionen ihrer selbst zu formen, so wie es ihre Mutter bereits getan hat. Weil sie sich bewusst ist, dass jedes ihrer Kinder einzigartig ist, lässt sie ihnen die Freiheit, sie selbst zu sein. Sie tut dies, weil sie ihre Individualität schätzt. Unterschiedliche Perspektiven werden von ihr als eine Quelle der Stärke angesehen. Shilos Wunsch, sich genauso zu kleiden wie ihre Brüder, war keineswegs sonderbar, sondern nur ein Beispiel dafür, dass sie sie selbst ist. Als Angelina und Brad Pitt die Nachricht erfuhren, waren sie zunächst verblüfft. Mit der Zeit kamen sie jedoch zu dem Schluss, dass Shiloh mehr ist als nur ihr Name oder ihr Geschlecht. Anstatt sich darum zu kümmern, was andere über ihre Kinder denken, bringen sie ihnen bei, sie selbst zu sein und sich nicht darum zu kümmern, was andere über sie denken. Obwohl Sahara und Vivian mit ihren Eltern auf dem roten Teppich standen, war die Aufmerksamkeit, die sie bekamen, nicht ganz so groß wie die, die Shiloh für ihren Auftritt bekam. Dennoch gab es Zeiten, in denen beide Frauen lieber ein Gesicht hatten, das eher für Männer charakteristisch war. Obwohl Vivian damals erst fünf Jahre alt war, spielte sie die Rolle der kleinen Aurora in dem Film Maleficent. Angelina hat eine lustige Erinnerung an Vivians Antwort, so ihre Version der Ereignisse. Da sie lieber Latzhosen als Kleider trug, wollte Vivian nicht akzeptieren, dass sie in den Rang einer Prinzessin erhoben wurde. Deshalb stellte sie die Frage, wie war es möglich, dass du mich zur Prinzessin gemacht hast? Angelina hat sich sehr dafür eingesetzt, dass ihre Kinder sich frei entfalten können. Und dieses Engagement geht weit über die Wahl ihrer Kleidung hinaus, die sie selbst treffen. In dem exklusiven Artikel, den Jolie 2019 für viel schrieb, betonte sie, wie wichtig es ist, die eigenen Gedanken zu kultivieren, anstatt sich in erster Linie auf Mode zu konzentrieren. Sie ist der Meinung, dass es viel relevanter ist, ihre Individualität zu kultivieren und sie zu ermutigen, den Dingen nachzugehen, die sie interessieren, als sich den Erwartungen anzupassen, die die Gesellschaft an sie hat. Für Shiloh wird ein neuer Nachname gewählt, den sie in Zukunft tragen wird. Shiloh Jolie, die Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt, ist ein Mitglied der Familie Jolie. Die Entscheidung von Jolie Pitt, ihren Nachnamen zu ändern, hat viele Menschen überrascht. Jetzt scheint es, dass die Gründe für diese Entscheidung öffentlich gemacht worden sind. Ihr Antrag auf Namensänderung wurde am 30. Mai eingereicht, drei Tage nachdem sie 18 Jahre alt geworden war, was ihr die rechtliche Befugnis zu einer solchen Entscheidung gab. Die Petition wurde von der Tochter des Hollywood-Stars eingereicht. Es gibt Spekulationen, die darauf hindeuten, dass Shilohs Entscheidung mit dem Sorgerechtsstreit zu tun haben könnte, der derzeit zwischen ihren Eltern ausgetragen wird, um zu bestimmen, wer das Sorgerecht für sie erhält. Wegen der juristischen Aktivitäten, die sie jetzt angeblich ihrem Vater vorwirft, durfte Shiloh Jolie Pitt nicht über die Umstände sprechen, die zur Auflösung ihrer Beziehung mit Angelina Jolie, die mit Brad Pitt verheiratet ist, geführt haben. Angelina Jolie ist mit Brad Pitt verheiratet. Am 30. Mai reichte Shiloh Bailly einem Gericht in Los Angeles eine Petition ein, in der sie darum bat, ihren Namen ändern zu dürfen. The Blast berichtet, dass der Antrag es ihr ermöglichen würde, den Namen Pitt aus ihrer Heiratsurkunde zu entfernen. Ihr Name war früher Shiloh Nouvelle Jolie Pitt, aber sie bat darum, ihn in Shiloh Nouvelle Jolie zu ändern. Sie ist nun unter ihrem aktuellen Namen bekannt. Als drittältestes Kind des ehemals verheirateten Paares waren Jolie und Pitt die drittältesten Kinder. Den kursierenden Informationen zufolge hat Shiloh ihren eigenen Anwalt beauftragt und den Papierkram drei Tage, nachdem sie 18 Jahre alt wurde, eingereicht. Dies deutet darauf hin, dass sie darauf bedacht war, den Antrag so schnell wie möglich zu stellen. Zunächst war nicht klar, warum Shiloh die unerwartete Entscheidung getroffen hat, ihren Nachnamen zu ändern. Eine zuverlässige Quelle hat jedoch inzwischen enthüllt, dass der Grund für diese Änderung mit dem aktuellen Sorgerechtsstreit zwischen ihr und ihren Eltern zusammenhängt. Obwohl Angelina Jolie eine Petition bei Gericht einreichte, in der sie darum bat, dass Shiloh und ihre Geschwister aussagen dürfen, lehnte der Richter ihren Antrag ab. Es scheint, dass die junge Schauspielerin nun die Verantwortung für die Entscheidung auf ihren Vater abwälzt. Laut Daily Mail sagte die Quelle, dass der Grund für die Namensänderung auf den Sorgerechtsstreit und Shilohs Überzeugung, dass ihre Rechte als Opfer nach dem Streit verletzt wurden, zurückgeführt werden kann. Außerdem sei Shiloh der Meinung gewesen, dass sie das Recht habe, als Opfer eines Verbrechens auszusagen. Aber sie sei aus welchen Gründen auch immer daran gehindert worden. Während Jolie und Pitt auf dem Rückweg von einem zweiwöchigen Urlaub mit ihren sechs Kindern Pax, Maddox, Sahara, Shiloh, Knox und Vivian waren, ereignete sich einer der Vorfälle, die zum Ende ihrer Beziehung beitrugen, auf einem Privatflug, nachdem das Paar von seiner Reise zurückgekehrt war. Während eines heftigen Streits, den Jolie und Pitt auf der Reise hatten, soll Pitt Jolie verbal beschimpft und verletzt haben. Diese Informationen wurden in einem Bericht des FBI veröffentlicht, der stark geschwärzt worden war. Die Situation soll so heftig gewesen sein, dass die sechs Kinder, die zu diesem Zeitpunkt noch Kinder waren, zu schluchzen begannen. Dies geschah inmitten des ganzen Dramas. Jolie soll sich Verletzungen am Rücken und am Ellbogen zugezogen haben, während Pitt eine Schramme am Oberkörper davon getragen haben soll. Am Ende kamen alle Beteiligten zu dem Schluss, dass keine Strafanzeige erstattet wird. Diese Entscheidung wurde aufgrund einer Reihe von Faktoren getroffen, die vor der Öffentlichkeit geheim gehalten wurden. Die Entscheidung, ihren Namen von Shiloh in Pitt zu ändern, wurde getroffen, kurz nachdem sie 18 Jahre alt geworden war. Und Pitt war von dieser Entscheidung nicht begeistert. Laut einer Quelle, die mit Us Weekly sprach, war Brad von dieser Entscheidung völlig am Boden zerstört. Was er beobachtete, war mehr als nur eine Namensänderung. Es war vielmehr ein Symbol für eine tiefere Trennung, die über viele Jahre hinweg gewachsen war. Er sah darin die Darstellung einer tieferen Spaltung. Eine weitere Quelle innerhalb der Organisation behauptete, dass Pitts Mangel an einer tiefen Verbindung zu seinen Kindern die Folge von Ereignissen sei, die in der Vergangenheit stattgefunden hätten. Trotz dieser Differenzen versuche er jedoch, eine Beziehung zu ihnen aufrecht zu erhalten. Er ist zwar noch nicht bereit, sie aufzugeben, aber die Tatsache, dass sie seinen Namen auslöschen, macht ihn unzufrieden. Der Hollywood-Schauspieler zeigt in der Öffentlichkeit ein tapferes Gesicht, so die weit verbreitete Meinung, trotz des Dramas, das mit dem Fallenlassen seines Namens einhergeht. Diese Meinung ist weit verbreitet. Allerdings fällt es ihm sehr schwer, sich mit der Tatsache abzufinden, dass seine Kinder ihn in seinem persönlichen Bereich völlig im Stich gelassen haben. Dies zu akzeptieren, fällt ihm sehr schwer. Es scheint, dass einige von Pitts Kindern seinen Namen öffentlich missbilligt haben, obwohl die große Mehrheit seiner Kinder ihre Zustimmung zu ihrer Mutter zum Ausdruck gebracht hat. Im Mai strich Vivian, das jüngste Kind des früheren Ehemannes, auf dem Programmheft des Broadway-Musicals The Outsiders, dreist den Namen Pitt aus ihrem Namen. Dies geschah auf eine forsche Art und Weise. Bei der Aufnahmezeremonie der Studentenverbindung, Spelman College im November 2023 soll Sahara, die ältere Schwester von Shiloh, ihre Identität als Sahara Marley Jolie preisgegeben haben. Während einer Diskussion über die Verschlechterung der Beziehung zwischen Brad Pitt und seinen Kindern, sagte eine Quelle, dass es den Kindern seit der Scheidung schwerfällt, Brad zu verzeihen und sich mit ihm zu verbinden. Dies ist etwas, das schon seit geraumer Zeit andauert. Da sie von Anfang an die Hauptbezugsperson für die Kinder war, hat ihre Mutter ihnen ihr ganzes Leben lang nichts als Liebe und Hingabe entgegengebracht. Nach dem Weggang von Brad war es für sie eine sehr schwierige Erfahrung zu sehen, wie er sich mit ihr anlegte. Die prägenden Jahre von Shiloh Jolie Pitt wurden durch ein Zusammentreffen mehrerer Faktoren geprägt, darunter ihr Privileg, ihr Kontakt mit der Welt und die Auswirkungen der beruflichen Tätigkeit ihrer Eltern und deren Engagement für humanitäre Zwecke. All diese Faktoren haben dazu beigetragen, dass sie zu der Person wurde, die sie heute ist. Shiloh ist eine begabte Tänzerin. Keelan Carter, ein Choreograf, gab der Daily Mail, UK, kürzlich ein Interview, in dem er seine Erfahrungen als Tanzlehrer mit Shiloh Nouvelle Jolie Pitt schilderte. In den letzten Jahren hat Keelan mit Shiloh trainiert und dabei festgestellt, dass Shiloh das komplette Gegenteil des Bildes ist, das man gemeinhin mit berühmten Kindern verbindet. Die Tatsache, dass Shiloh sich beim Tanzen sehr anstrengt, macht deutlich, dass sie eine begabte Tänzerin ist. Der Redakteur sagte, dass Shiloh im Umgang mit anderen Menschen immer ehrlich und offen ist und dass sie ihre berühmte Position nie ausnutzt, um sich einen Vorteil gegenüber anderen Personen zu verschaffen. Konkret wurde diese Behauptung von dem Choreografen Keelan Carter aufgestellt. Als Shiloh zum ersten Mal in Keelan Carters Tanzklasse auftauchte, hatte er keine Ahnung, wer sie war. Sie war eine neue Schülerin und er hatte keine Ahnung, wer sie war. Von Anfang an hatte Shiloh den großen Wunsch, genau so zu sein wie die anderen Schüler der Klasse. Keelan kam zu der Erkenntnis, dass Shilohs Unfähigkeit, sich auszudrücken und zu behaupten, eine direkte Folge der Tatsache war, dass sie das Kind zweier berühmter Hollywood-Schauspieler war. Keelan war von dieser Erkenntnis überrascht. Was den Tanzunterricht betrifft, so behandelt Keelan Shiloh immer so, wie er jeden anderen Schüler auch behandeln würde. Er sagte, es sei ein ganz normaler Schritt, einige von Shilohs Tanzstücken zu veröffentlichen. Das liegt daran, dass er oft spektakuläre Tanzvideos von Schülern aufnimmt, wenn sie im Klassenzimmer sind. Viele von Shilohs Freunden und Bekannten, die mit ihr an Tanzkursen teilnehmen, haben ihr ebenfalls ein freundliches und einladendes Auftreten attestiert. Shiloh nutzt zwar nicht häufig soziale Netzwerke, aber das hindert sie nicht daran, sich mit ihren Freunden in Chatgruppen über Themen auszutauschen, die für beide von Interesse sind. In der Vergangenheit hat sich der Schauspieler Brad Pitt in einem Interview zum Thema Tanzen über die Tanzfähigkeiten seiner Tochter geäußert. Pitt stellte außerdem die Frage, woher Shiloh das Tanz Jane habe. Dies war eine weitere seiner Fragen. Angelina Jolie, die Schauspielerin ist, hat sich nie zu Shilohs Begeisterung für das Tanzen geäußert, egal wie viele Jahre vergangen sind. Kinder sollten die Freiheit haben, sich so auszudrücken, wie sie es wollen, sagte Angelina Jolie zum Thema Kindererziehung, bevor sie sich anderen Themen zuwandte. Sie müssen nicht in ständiger Sorge leben, dass andere Menschen sie so bewerten, wie sie es wollen. Die Freiheit, die eigene Berufung zu entwickeln, ist ein wichtiger Teil der Entwicklungsreise unserer Kinder. Shiloh, das nächste Kind von Brad Pitt und Angelina Jolie, hat offiziell die Volljährigkeit erreicht. Dies geschieht, nachdem jedes ihrer Kinder in der Folge die Volljährigkeit erreicht hatte. Drei der sechs Kinder der beiden Hollywood-Stars sind leibliche Kinder, die anderen beiden sind adoptiert. Nur die Zwillinge Vivienne und Knox sind jetzt 15 Jahre alt. Von den sechs Kindern, die die beiden Prominenten haben, sind nur drei biologisch. Als Vivienne und Knox volljährig wurden, sah es so aus, als ob der Sorgerechtsstreit zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt beigelegt wäre. Doch nach vielen Jahren konnten sich die beiden nicht mehr einigen. Shiloh hat sich im Laufe der vielen Jahre, die seit ihrer Gründung vergangen sind, stark verändert. Im Jahr 2021 überraschte Shiloh alle, als sie beschloss, ihren Wildfangstil abzulegen. Diese Entscheidung kam für alle überraschend. Sie nahm an mehreren Premierenfeiern für den Film Eternals teil und erschien auf jeder davon in einem Stil, der als feminin galt. Nach Abschluss dieses Prozesses kehrte Shiloh jedoch wieder zu ihrem burschikosen Verhalten zurück. Shiloh nimmt jetzt am Tanzunterricht teil und ist der Meinung, dass dies ein Weg ist, den sie ernsthaft verfolgen würde, wenn sie ihn denn einschlagen würde. Erklärung von Unabhängigkeit und Befreiung. Anfang Mai kamen Internetnutzer über einen Beitrag auf Shilohs Instagram-Konto, der auf der persönlichen Seite des bekannten Choreografen Keelan Carter veröffentlicht wurde. Sie hat ihren Account nicht öffentlich gemacht. Aber die Einleitung machte deutlich, dass sie Shijolie ist. Dies zeigt, dass Shiloh schon seit geraumer Zeit die Absicht hatte, den Namen Brad Pitt aufzugeben, aber nur wartete, bis sie alt genug war, um ihre eigene Entscheidung zu treffen. Da Brad Pitt große Hoffnungen in den 18 Geburtstag seiner leiblichen Tochter gesetzt hatte, war Shilohs plötzliche Entscheidung, die Vaterschaft zu verleugnen, wie ein schwerer Schlag in sein Gesicht. Er hatte sich viel von ihrem Geburtstag versprochen. Brad Pitt war sich sicher, dass er seine Beziehung zu Shiloh ausbauen kann, sobald sie 18 Jahre alt wird. So eine enge Quelle, die diese Information vor kurzem der Daily Mail zur Verfügung stellte. Der Grund dafür sei, dass Shiloh nun volljährig sei und selbst entscheiden könne, wie viel Zeit sie mit ihrem Vater verbringe, so die Quelle. Das Alter von Shiloh ist derzeit 18 Jahre alt. Dies ist etwas, dass sie in der Lage ist, selbst zu bestimmen, wie sie ihre Verbindung mit ihrem Vater gehen möchte, so die Quelle. Diese Person fügte hinzu, dass Angelina Jolie die Zeit, die ihre Kinder mit ihrem Vater verbringen, seit der Scheidung des Paares im Frühjahr 2016 eingeschränkt hat. Mädchen, die 1975 geboren wurden, können dies hingegen nur tun, wenn sie minderjährig sind. Sobald der 27 Mai 2024 verstrichen ist, wird sie nicht mehr in der Lage sein, Shilohs Entscheidungen zu beeinflussen. Der Quelle zufolge wird Pitt seine Tochter weiterhin bedingungslos lieben, unabhängig von den Entscheidungen, die seine Tochter trifft, selbst wenn sie versuchen sollte, ihn zu meiden. Dies sei unabhängig von den Entscheidungen, die seine Tochter treffe, der Fall. Es wurde behauptet, Brad Pitt dürfe jetzt mit seiner Tochter sprechen, ohne dass Angelina Jolie in dieser Angelegenheit irgendwelche Vorbehalte hätte. Alle sind der Meinung, dass sie die Verbindung, die durch die Scheidung verloren gegangen ist, wiederherstellen können. Das ist der allgemeine Konsens aller Beteiligten. Nach den Informationen der Quelle kann sich Angelina nicht mehr mit dem Gedanken anfreunden, Shiloh von Brad zu trennen. Auf die gleiche Weise wie die erste Quelle gab auch eine zweite Quelle eine Erklärung ab. Diese Quelle bestätigte der Daily Mail, dass Brad seine Pflichten als Vater nie vernachlässigt habe und immer für seine Kinder da gewesen sei, nur einen Telefonanruf entfernt. Die Daily Mail erhielt die Bestätigung von dieser anderen Person. Neben seinen vielen anderen Verpflichtungen legt der Schauspieler, der die Rolle des Bullet Train spielte, größten Wert darauf, immer für seine Kinder da zu sein. Ab einem bestimmten Alter sind Jugendliche in der Lage, mehr Entscheidungen für sich selbst zu treffen, als sie es früher konnten. Unabhängig davon, ob ein solches Verhalten ein positives oder negatives Licht auf seine Erziehung wirft, ist er sich der Tatsache bewusst, dass seine Kinder jetzt erwachsen sind und die Freiheit haben, selbst zu entscheiden, was sie erreichen wollen. Dies gilt unabhängig davon, ob Shiloh oder eines seiner anderen Kinder von den getroffenen Entscheidungen betroffen sein wird. Es ist möglich, dass sie als Folge von Angie eine andere Perspektive haben werden, aber die Realität ist, dass Brad möchte, dass sie wissen, dass er immer für sie da ist. Brad ist fest entschlossen, niemals etwas zu bereuen, egal ob er 70, 80 oder 90 Jahre alt ist. Sein Ziel ist es, seine Kinder zu sehen und eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. Dies wird unabhängig von seinem Alter möglich sein. Er hofft sehr, dass Shiloh beginnt, Verantwortung für ihre eigenen Entscheidungen zu übernehmen und dass er derjenige sein wird, der ihr den Weg weist. In Anbetracht dessen muss er nur abwarten und sehen, was passiert, und er hofft und betet, dass sich alles zum Besten wendet, fügte die Person hinzu. Brad Pitt hingegen hatte den Eindruck, dass die Situation weniger ernst sei, als sie tatsächlich ist. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er vorausgesehen hätte, dass das Erste, was seine leibliche Tochter tun würde, wenn sie 18 Jahre alt wird. Ein Antrag auf Streichung des Nachnamens ihres Vaters aus der Namensliste des Registers sein würde. Als Shiloh 18 Jahre alt war, traf sie die Entscheidung, den Namen Pitt aus ihrem Namen zu streichen. Mit dieser Entscheidung hat sie ihre Unabhängigkeit und Reife unterstrichen. Es ist nichts, was sie tun sollte, dass sie gezwungen ist, sich in den Schatten ihres mächtigen Vaters zu stellen. Der Papierkram wurde an Shilohs Geburtstag eingereicht, dem Tag der Feierlichkeiten. Das bedeutet, dass Shiloh plant, dies als allererstes zu tun, wenn sie rechtlich als Erwachsene anerkannt ist. Dies wird geschehen, nachdem sie rechtlich als Erwachsene anerkannt worden ist. Es ist ihre Absicht, von diesem Zeitpunkt an den Namen Shiloh Jolie zu verwenden. Sie hat nicht die Absicht, ihn zu ändern. In der Zwischenzeit wurde der Antrag, den Shiloh eingereicht hat, den zuständigen Behörden zugestellt. Im Vorfeld dieser Aktion hat ein Choreograf, der häufig mit Shiloh zusammenarbeitet, um Tanz zu üben, ihr Konto auf verschiedenen Online-Plattformen für soziale Netzwerke veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt sind die Datenschutzeinstellungen für dieses Konto auf Privat gesetzt und es sind keine Beiträge oder andere Inhalte damit verbunden. Shiloh Jolie ist die einzige Angabe, die als Einleitung zu der Person dient, die das Konto besitzt. Neben Shiloh tragen ihre fünf anderen Geschwister alle den Nachnamen Jolie Pitt als legalen Nachnamen. Shiloh ist das einzige Mädchen in der Familie im Zusammenhang mit der Beziehung zwischen der Schauspielerin Angelina Jolie und dem Schauspieler Brad Pitt ist dies die Kombination ihrer jeweiligen Nachnamen. Im Laufe der Jahre haben die meisten adoptiv- und leiblichen Kinder von Brad Pitt und Angelina Jolie ihren Wunsch geäußert, auf den Nachnamen zu verzichten, den sie von ihrem Vater erhalten haben. Dieser Wunsch wurde von der Mehrheit der Kinder geäußert. Was die Adoptivkinder betrifft, so haben Maddox, der 22 Jahre alt ist, und Sahara, die 19 Jahre alt ist, den Nachnamen ihrer Mutter über einen längeren Zeitraum nur auf Dokumenten verwendet, die im Rechtssystem nicht sehr viel Gewicht haben. Sahara ist das jüngste der beiden Kinder. Sowohl Maddox als auch Sahara kamen zu dem Schluss, dass sie umziehen mussten, solange sie noch an der Universität studierten. Als Shiloh 18 Jahre alt war, traf sie die Entscheidung, den Namen Pitt aus ihrem Namen zu streichen. Mit dieser Entscheidung setzte sie ein Zeichen, das ihre wachsende Unabhängigkeit und Reife unterstrich. Es ist nichts, was sie tun sollte, dass sie gezwungen ist, sich in den Schatten ihres mächtigen Vaters zu stellen. Die Papiere wurden an Shilos Geburtstag, dem Tag der Feier, eingereicht. Das bedeutet, dass Shiloh plant, dies als allererstes zu tun, wenn sie rechtlich als Erwachsene anerkannt ist. Dies wird geschehen, nachdem sie rechtlich als Erwachsene anerkannt worden ist. Es ist ihre Absicht, von diesem Zeitpunkt an den Namen Shiloh Jolie zu verwenden. Sie hat nicht die Absicht, ihn zu ändern. In der Zwischenzeit wurde der Antrag, den Shiloh eingereicht hat, den zuständigen Behörden zugestellt. Im Vorfeld dieser Aktion hat ein Choreograf, der häufig mit Shiloh zusammenarbeitet, um Tanz zu üben, ihr Konto auf verschiedenen Online-Plattformen für soziale Netzwerke veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt sind die Datenschutzeinstellungen für dieses Konto auf privat gesetzt. Und es sind keine Beiträge oder andere Inhalte damit verbunden. Shiloh Jolie ist die einzige Angabe, die als Einleitung zu der Person dient, die das Konto besitzt. Neben Shiloh tragen ihre fünf anderen Geschwister alle den Nachnamen Jolie Pitt als legalen Nachnamen. Shiloh ist das einzige Mädchen in der Familie. Im Zusammenhang mit der Beziehung zwischen der Schauspielerin Angelina Jolie und dem Schauspieler Brad Pitt ist dies die Kombination ihrer jeweiligen Nachnamen. Im Laufe der Jahre haben die meisten adoptiv- und leiblichen Kinder von Brad Pitt und Angelina Jolie ihren Wunsch geäußert, auf den Nachnamen zu verzichten, den sie von ihrem Vater erhalten haben. Dieser Wunsch wurde von der Mehrheit der Kinder geäußert. Was die Adoptivkinder betrifft, so haben Maddox, der 22 Jahre alt ist, und Sahara, die 19 Jahre alt ist, den Nachnamen ihrer Mutter über einen längeren Zeitraum nur auf Dokumenten verwendet, die im Rechtssystem nicht sehr viel Gewicht haben. Sahara ist das jüngste der beiden Kinder. Sowohl Maddox als auch Sahara kamen zu dem Schluss, dass sie umziehen mussten, solange sie noch an der Universität studierten. Sie wuchsen in den Armen von fortschrittlich gesinnten, prominenten Müttern auf und die Entscheidung, die Verbindung zwischen Vater und Sohn zu kappen, wurde als eine gültige Option angesehen. Sie waren auf niemanden sonst angewiesen. In den letzten Jahren ist dieses Phänomen auch in einigen asiatischen Ländern zu beobachten. Und auch in Europa und den Vereinigten Staaten ist es nicht ungewöhnlich. Die Wahrnehmung von Shiloh in der Öffentlichkeit entwickelt sich ständig weiter, angefangen bei ihrer Geburt in Namibia bis hin zu ihrer Jugend. Während dieser Zeit war sie von Geschwistern und Eltern umgeben, die sich sowohl in der Unterhaltungsindustrie als auch in humanitären Projekten engagierten. Shilohs öffentliches Image wächst weiter. Aufgrund ihrer Einzigartigkeit und der frühen Entscheidungen, die sie in Bezug auf ihren persönlichen Ausdruck getroffen hat, steht sie im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Dies hat es ihr ermöglicht, die frühe Wirkung hervorzuheben, die sie bei der Infragestellung der traditionellen Geschlechternormen hatte, die zu der Zeit vorherrschten, als sie eingeführt wurden. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Shiloh Jolie-Pitt ihren Weg durch das Leben finden wird, indem sie auf die vielen Erfahrungen und Überzeugungen zurückgreift, die ihr von ihren Eltern beigebracht wurden, während sie mehr und mehr Lebenserfahrung sammelt. Shilohs Geschichte ist nicht nur eine Nachahmung der Dynamik einer berühmten Familie, sondern spiegelt auch die universellen Anliegen von Identität, Familie und dem Streben nach persönlichem Vergnügen in einer Welt wieder, in der jeder Schritt intensiv untersucht und analysiert wird. Die Geschichte von Shiloh ist im Grunde genommen ein Spiegel all dieser grundlegenden Elemente in der ganzen Welt. Die Entscheidung von Shiloh, aus dem Haus ihres Vaters auszuziehen, sobald sie 18 Jahre alt ist, ist etwas, über das man nachdenken sollte. Ist dieses Verhalten tatsächlich gerechtfertigt, wenn man es aus dem Blickwinkel eines Kindes betrachtet? Hinterlassen Sie unten einen Kommentar und teilen Sie uns Ihre Gedanken zu diesem Thema mit. Wir freuen uns, dass Sie zugeschaut haben. Wenn Sie auf den Link klicken, der jetzt auf Ihrem Computer angezeigt wird, können Sie ein weiteres Video sehen, das wirklich fesselnd ist. Auf der gegenüberliegenden Seite wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. und dann